Ihr hört die Geschichte vom kleinen Weihnachtsstern von Benjamin Bien, gelesen von Andreas Fröhlich, eine Produktion des Argon Verlags. Untertitelung des ZDF, 2020 Kapitel 1 Sirius will nicht schlafen Wenn ihr mich fragt, was mir zu Weihnachten einfällt, dann ist meine Antwort drei Geschichten. Die erste handelt von drei Königen und von drei Hirten. Die zweite handelt von drei Weihnachtsgeistern. Die dritte Geschichte hingegen handelt von drei Freunden. Sirius, Pippa und Bommel. Diese Geschichte möchte ich euch nun erzählen, weil sie vor mir noch keiner erzählt hat. Sie beginnt hoch über unseren Köpfen, himmelweit von uns entfernt. Wenn man es genau nimmt, dann beginnt sie sogar im Himmel. Denn hier wollte ein kleiner Stern namens Sirius am Morgen des ersten Dezembers überhaupt nicht schlafen gehen. Schlafen gehen am Morgen? Das hört sich verrückt an. Tja, ganz und gar nicht. Dazu müsst ihr wissen, Sterne schlafen tagsüber. Das versteht sich ja von selbst. Wer die ganze Nacht am Himmel leuchtet, der muss sich tagsüber ausruhen. Sterne schlafen gut versteckt in watteweichen Wolken. Daher sehen wir sie so selten am Tag. In einer solchen kleinen Wolke lag Sirius jetzt. Sirius selbst war nicht viel größer als eine Pizzaschachtel. Er klopfte mit beiden Fäusten erbost auf seine Wolkenbettdecke, sodass die Wolkenwatte nur so herumflog. Ich will nicht schlafen, schimpfte Sirius. Schlafen ist doof, und ich bin überhaupt nicht müde. Kein Stück. Neben dem Wolkenbett standen die besorgten Sterneneltern. Sie kannten es schon, dass Sirius noch ein wenig in den Tag hineinleben wollte. Aber dass er so wütend war und so schimpfte, das war ihnen neu. Sirius, du musst aber schlafen, sagte die Sternenmama, denn nur wenn ein Stern in seiner Wolke schläft, kann er seine Kraft wieder aufladen und auch in der nächsten Nacht wieder hell am Himmel leuchten. Das stimmt, sagte der Sternenpapa. Wenn du nicht genug in deiner Wolke schläfst, dann wirst du irgendwann gar nicht mehr leuchten. Ist doch egal, sagte Sirius. Dann leuchte ich halt nicht mehr. Ist doch auch nicht so wichtig. Und überhaupt, hat mich eigentlich schon mal irgendwer gefragt, ob ich das will, leuchten? Mein Sohn, schmunzelte sein Vater, du bist nun mal ein Stern, genau wie alle anderen hier. Es ist unsere Bestimmung, in der Nacht zu leuchten. Ohne uns Sterne und natürlich den Mond wäre es nachts manchmal ganz dunkel auf der Erde. Wir Sterne sind es, die verlorenen Schiffen den Weg weisen, die den Astrologen helfen, den Menschen die Zukunft vorauszusagen und die Verliebte in, nun ja, romantischen Nächten noch verliebter machen. Wer weiß, ohne unser Sternenfunkeln am Himmel würde es vielleicht gar keine Menschenkinder geben. Und vergiss nicht die große Sternenparade am Weihnachtsabend, sagte seine Mutter. Das wird die erste Sternenparade sein, an der du mitleuchten darfst. Freust du dich denn gar nicht? Gerade an Weihnachten schauen die Menschen am liebsten zu uns Sternen hinauf. Denn an Weihnachten werden die Menschen besinnlich. Was soll das denn sein, besinnlich? fragte Sirius. Nun, das bedeutet, dass sie stiller und nachdenklicher werden, sagte sein Vater. Sie fangen an zu wünschen, zu glauben und zu hoffen. Und wenn sie uns Sterne dann gemeinsam am Himmel leuchten sehen, wissen die Menschen, dass sie nicht allein sind und dass es da draußen mehr gibt als nur das, was sie kennen. Das gibt ihnen dann Hoffnung. So ein Unsinn, sagte Sirius. Daran glaube ich nicht. Ich finde Weihnachten doof. Und leuchten zu müssen, das finde ich auch doof. Basta. Aber Sirius, du wolltest doch immer der hellste Stern am Himmel sein, sagte seine Mutter erschrocken. Ist denn heute in der Sternenschule etwas passiert? Nein, da war nichts, murmelte Sirius. Ich weiß doch das, was ist. Uns kannst du es doch sagen, ermutigte ihn seine Mutter. Sirius seufzte, dann faßte er sich ein Herz und erzählte seinen Eltern, was vergangene Nacht in der Sternenschule passiert war. Die großen Sternenkinder haben mich geärgert, sagte Sirius. Sie haben zu mir gesagt, dass ich niemals eine helle Leuchte am Sternenhimmel sein werde. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich strengte mich ganz doll an, um extra hell zu leuchten. Ich spannte alle meine Muskeln an und dabei passierte es. Sirius verstummte und sah seine Eltern mit Tränen in den Augen an. Was ist passiert, als du leuchten wolltest? fragte seine Mutter. Mir ist ein dicker Sternenpups rausgeflutscht, weinte Sirius. Och, sagte sein Vater, aber das ist doch nicht so schlimm. Natürlich wusste der Sternenpapa, dass das nicht stimmte. Denn so ein richtig gut gepupster Sternenfurz ist noch monatelang als Silberstreifen am Himmel sichtbar. Die anderen Sternenkinder werden sich immer über mich lustig machen, jammerte Sirius. Ich kann nicht hell genug leuchten. Ich werde niemals ein Weihnachtsstern sein. Nein, 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 jetzt gib mal nicht gleich auf, sagte da sein Vater. Du vergisst wohl, aus welcher Familie du stammst. Habe ich dir nie die Geschichte von deiner Urgroßmutter Nova, der Sternschnuppe, erzählt? Nein, sagte Sirius, an die kann ich mich nicht erinnern. Deine Urgroßmutter Nova, fuhr sein Vater fort, war der Stern von Bethlehem. Alle nannten sie Nova von Bethlehem. Sie war die Sternschnuppe, die vor über 2000 Jahren drei Könige ins Heilige Land führte. Sirius verstand nicht ganz, was sein Vater ihm damit sagen wollte. Damals feierten diese drei Könige das allererste Weihnachtsfest der Welt, erklärte seine Mutter. Ohne deine Urgroßmutter Nova wäre das nicht möglich gewesen. Es liegt in unserer Familie, Sirius, sagte sein Vater. Du bist dazu bestimmt, ein Weihnachtsstern zu sein. Und du kannst der hellste Stern am Himmel werden, wenn du daran glaubst und es willst. Die Worte seiner Eltern machten Sirius Mut. Er war jetzt gar nicht mehr so traurig, sondern sogar ein bisschen stolz. Müde kuschelte er sich in seine Wolke. Wir haben dich lieb, sagte die Sternenmama. Du bist etwas ganz Besonderes, sagte der Sternenpapa. Doch Sirius war schon eingeschlafen. Er träumte davon, selbst eine Sternschnuppe zu sein, die durch den Nachthimmel sauste. In seinem Traum flog er über die Erde, über die hohen Berge und die tiefen Seen, über die Städte der Menschen mit ihren Häusern, den roten Ziegeldächern und den rauchenden Schornsteinen. Alle Menschen sahen zu ihm auf und riefen, »Da ist er, Sirius, der Weihnachtsstern! Seht nur, wie hell er leuchtet!« Es war ein ehrwürdiges Gefühl, das sich in Sirius breitmachte. Doch dieses wohlige Gefühl wich plötzlich einer unangenehmen Klammen Kälte, einer Kälte, die ihn aus dem Schlaf holte. Als Sirius erwachte, ahnte er bereits, dass er nicht mehr in seiner vertrauten Wolke lag.